Benji! Alarm! Was denn jetzt? Benji? Benji? Ich hör dich nicht! Hallo! Hörst du mich jetzt? Mein Mekko-Kabel hat einen wackeligen Klopp. Achso. Das tun wir mal. Guck mal kurz in die Kiste hin. Ja. Dann essen und trinken. Ah, stimmt. Du hast recht. Ich hab's schon wieder vergessen, Mann. Dann liegt's mit dem Dreck nur. Ja. Ah, okay. Das ist das Zeichen. Muskelkater. Muskelkater. Eine milde Art eines Muskelkaters. Also Muskelschmerz. So, wir müssen eigentlich jetzt hier rüber. Aber das ist alles irgendwie... Das ist alles scheißbohren, ne? Ja. Richtig doof. Warte, wir rennen. Warte, wir rennen. Wollen wir nach links da in das Gebäude rüberrennen. Jo. Wo es unten in die Garage reingeht oder was das ist? Ja. 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 Jetzt wir noch keinen Rucksack dabei. Aber eigentlich wollte ich auch nicht bluten. Bist du schon? Ah, da bist du. Dicken gegeben. Okay. Ich müsste es schon mal bling gemacht haben. Ja, hat gebimmelt. Hat gebimmelt. Hat's getan. Stopft der über uns oder ist der schon unten? Ich wusste gar nicht. Auto. Oh. Oh, diese Scheiß-Taste. Junge, habe ich mich erschrocken. Ich dachte, ich kriege Hits ohne Ende. Ich bin wieder erbarmungslos. So, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt hier links rein. Dann würde ich durchs Wasser, das ist halt immer doof, aber hier vorne ist auch doof. Das ist bisher bewährt, oder? Ja. Im Großen und Ganzen, ja, kann man sagen. Okay. 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 Los. Ja. Was ist denn das für ein Typ? Was ist denn? Was ist denn? Das kann natürlich auch sein, ne? Ja. 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 Was ist denn das für ein Typ? Was ist denn das für ein Gott? Oder hier. Wo ist denn das? Ja. Puma hieß der. Okay. Ja. Hey, wo hat denn da das jetzt hingepackt? Da hat denn nicht alles reingepackt? Komisch, aber nie. Ach, doch, im Rucksack. Das war's. Das war's. Na ja, was soll's? Ah! Was denn? Ich pump gerade. Ah, okay. Das muss wirklich genau im Dings sein. Okay. Ich pumpe gerade. Der hat auch Flasch gehabt. Ah, Mist. Das ist ein bösartiger Spieler. Ah, wir sind hier an der Straße. Wir müssen links rüber. Am Kino sind wir, glaube ich. Ja, laufen wir gleich mal links, äh, vor. Links. So, vorne läuft was. Vorne ist schon was zum Taxi gelaufen. Ey, pass auf, hier oben. Skevs. Hier oben? Über uns am Kino. Am Kino oben. Ja, seht's. Das war ein Spieler, oder? Der hat so einen übskrassen Rucksack. Achso. Ich bin hier hinter dem Panzer, hinter dem... Ah ja, ich seh's. Geht weiter vor. Im Park irgendwie? Oder weiter vorne unter der Brücke? Richtung Taxi. Achso, okay. Was aber auch, da war auch einer. Ich hab wohl den zweiten gesehen. Den du dann geschossen hast, da unten. Achso, da bist du. Okay. Der hat einen Blutfleck an der Wand hinterlassen. Also einen Treffer hat er kassiert. Schüsse von vorne, oder? Mhm. Au, 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 au. Au, 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 au. Au. Lauf. Lauf, Benji, lauf. Ist das alles kaputt? Lauf um dein Leben. Oh, exit ist da, aber nicht für uns. Kannst du, hast du einen Penkeller? Schmeiß dir rein. Lauf. Ne, hab ich nicht. Nicht? Kommst du gelaufen? Nein, ich bin tot. Ich bin tot. Nichts. Auf Ende nur noch Schullflind angerannt. Der Schett. clean. Ja, ich bin tot. keine kanade mit Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich trau dem Frieden nicht. Tschüssi Benji. Viel Spaß. Das war Selbstmord. Das war Selbstmord, Alter. Wie hat er das gesehen? Wieso sieht er mich dahinter und ich sehe ihn nicht? Aber einen habe ich seinen Kumpel in den Schädel geschossen. Ach ja, das Taxi werde ich wohl niemals bekommen.